Streit kommt in den besten Beziehungen vor. Doch manche Themen sind dabei echte Warnsignale. Diese vier Streitthemen sorgen für mehr Ärger, als einem lieb ist. Erstens, die Vergangenheit. Alte Wunden aufzureißen, vergiftet die Gegenwart. Wichtig ist, sich auf eine gemeinsame Zukunft zu konzentrieren, nicht auf vergangene Fehler. Zweitens, Kleinigkeiten. Sie sollten nicht überbewertet werden. Alltägliche Vergesslichkeiten sollten nicht zu dauerhaften Konflikten führen. Drittens, Geld. Ein klassischer Streitfaktor, der oft unterschätzt wird. Lieber sollte man gemeinsam finanzielle Ziele setzen und offen über Finanzen, Einkommen und Ausgaben sprechen. Viertens, Eifersucht. Eifersucht ist ein Zeichen von mangelndem Vertrauen. Damit wird das Fundament der Beziehung und die Liebe zerstört. Offene Kommunikation über Gefühle und Ängste sind entscheidend, um Eifersucht zu überwinden. Am Ende zählen Vertrauen, Respekt und eine offene Kommunikation. Sie sind es, die eine Beziehung nachhaltig und gesund machen.